Ein Hähnellokomat steht zentral in der Werkhalle eines bekannten deutschen Maschinenbauers für Betontechnik und entlastet dort die Werkzeugausgabe. Die automatisch schließenden Fachtüren sorgen für eine eindeutige Identifikation und schützen das hochwertige Lagergut vor unerlaubtem Zugriff. Die Mitarbeiter erhalten auch außerhalb der Ausgabezeiten Zugang zu Werkzeugen, Arbeitsschutz- und Verbrauchsmaterialien. Zusätzlich wird durch die kompakte Bauweise und die vertikale Lagerung die wertvolle Fläche in der Montagehalle effektiv genutzt. Die bestandsgeführte Verwaltung der gelagerten Teile ist durch die Anbindung an das Werkzeugverwaltungssystem TDM jederzeit gewährleistet. Zugang erhalten nur Mitarbeiter, die sich mit einer Chipkarte am Rechner per RFID identifizieren. Nach der Anmeldung kann der Benutzer über eine Maske benötigte Werkzeuge anfordern. Im System sind alle gelagerten Artikel in verschiedene Kategorien unterteilt und übersichtlich in Listen hinterlegt. Benötigte Werkzeuge werden mit Stückzahl im System angefordert und der Lokomat befördert das Werkzeug in die Entnahmestelle. Anschließend öffnet sich automatisch nur die Fachtüre des angeforderten Lagerortes und der Benutzer kann das benötigte Teil verwechslungsfrei aus der Box entnehmen. Die Hähnelfach- und Tiefenfachanzeige unterstützt den Mitarbeiter bei der eindeutigen Identifikation der Werkzeuge. Reihe und Fachnummer werden zusätzlich grafisch am Steuerungsdisplay angezeigt. Nach der Entnahme quittiert der Benutzer in TDM. Daraufhin schließt sich die Fachtüre des Hähnell Lokomat und das Lagergut ist vor unerlaubtem Zugriff sicher geschützt. Anhand der zuvor registrierten Chipkarte füllt das Werkzeugverwaltungssystem automatisch die zuständige Kostenstelle aus und bucht darauf die Kosten der entnommenen Ware. Erreicht ein Artikel den Mindestbestand wird eine Benachrichtigung an das ERP-System gesendet und die Bestände im Hähnell Lokomat werden aufgefüllt. Durch den Einsatz des Hähnell Lokomat können die Mitarbeiter im Schichtbetrieb flexibel auf verschiedenste Artikel zugreifen und somit die Produktionspläne einhalten. Zusätzlich werden mit dem Einsatz der Hähnell Intralogistiklösung Kosten in der Werkzeugausgabe reduziert und gleichzeitig die Bestandssicherheit erhöht.